jo was geht ab leute willkommen bei einem neuen video fifa ultimate team jumbo premium gold sets heute öffnen wir ein paar und ja die laufen jetzt nämlich in 26 minuten ab und dann fangen wir direkt mal an wir hoffen natürlich dass wir was gutes diesmal sehen ich habe bis jetzt nichts gutes noch nichts über für machte zu kommen direkt leuchtend vielleicht ist es ja wohl immerhin direkt ein halloween alter das ist doch mal geil alter ganz ehrlich habe ich eine gezogen das erste mal von naja ich weiß ehrlich was er was ist was der wert ist am besten werden natürlich irgendein engländer mal abstecken was er kostet so 50k 35 auf jeden fall sehr schick sehr schick so weiter geht's mit den packs zehn stöcke wir öffnen jetzt haben wir noch neun und vielleicht ziehen wir noch was schönes was ich nicht glaube aber das war auf jeden fall schon gut das freut mich natürlich diesmal nicht es gibt wenn wir weiter gucken wir was rauskommt da sind wir wieder ich hatte kurz besuch machen wir weiter weil wir noch 15 minuten zeit das müssten wir natürlich aussetzen vielleicht ziehen wir noch was schönes was vielleicht auch nicht und das ist wieder leider nicht das gibt mir weiter so sieben stück haben wir noch noch ein halloween ich hab's mit den torwerten ich krieg immer nur torwärte immer nur torwart torwart und torwart das ist echt nicht mehr feierliche einen halloween und das war es auch schon sechs stück noch fünf stück noch hoffentlich ist noch ein router dabei das wäre bombe so nur krap nur scheiße king ja der king ja der king ja direkt schnell auf die transfersliste aber die wof sooo uuuh uuuh nein nicht weißt du gleich senden komm 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 du auch senden 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 auf geht's so kommt bitte 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 was ist das scheiße was verkaufen wir bekommen doch noch drei stück vielleicht noch einen guten oder zwei was ist ja die fahrer was ist denn schon mal besser als nichts besser als nichts ich beklag mich nicht ich beklag mich nicht zum beispiel kann man noch und das machen wir nun mal aus jetzt auflöpig und jetzt kommen in den letzten wird was gutes drin sein kommt bitte alter ich glaube es nicht ein gold hat ja so kurz nicht aufmachen aufgucken fast wir da auskriegen vielleicht ist da was so ein gutes oder man weiß es nicht aber wie es aussieht gott das ist aber 1,6 vipa points davon machen wir auch ein paar gold auf was gut ist man weiß es nicht das wird natürlich super aber so wie wo kommt bitte gib mir bitte was gutes wo spanien ist okay ist okay ich weiß nicht wer es haben sie schuckt ich fühle mich noch nicht so gut mit der preis noch mal ab das ist mal anbieten was vielleicht was für das geht ja immerhin 11k kann man nicht mehr kommen kommen und nicht mehr kommt von 1,4 da muss doch noch was gutes kommen leider keiner hinterher so ist das nun mal so weiter geht's ach ich werde mich kriegen wieder nur matte nix mehr ein paar fifa points die nehmen wir natürlich mit abstoßen 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 gott was habe ich gesagt nee ich sag jetzt wir ziehen jetzt was gutes was gutes was sehr gutes nicht nur es läuft ach es wird eu Okay nicht nur es ist toll es ist es ist mal einfach mal chines Là ich bin traurig ich bin traurig aber wenigstens ein halloween was soll das ey genau so gut ist und wir haben ihn sind immer mit so 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 noch ein promo und dann noch ein normales mal gucken nichts ist natürlich normal so letztes das letzte heute mal gucken vielleicht auch was gut ist immerhin in form immerhin alter noch dazu das letzte pack gucken wir noch kurz das wert ist immerhin bieten ich wollte sagen 100k ja ja immerhin was passt auf jeden fall ja ich hoffe euch das video gefallen wenn ja lasst ihr leichter ein abo und dann sehen wir uns beim nächsten mal auf der rein